In diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie man Vektoren berechnet. Wir wissen ja, Spitze minus Fuß, x' minus x, y' minus y. Wie das ausschaut, wenn wir vier Quadranten, also auch negative Zahlen im Koordinatensystem haben, das will ich euch jetzt zeigen. Ich zeichne jetzt zunächst einmal die Punkte p1 und p1' ein. Es geht hier um diesen Pfeil, um diesen Vektor, den wir jetzt berechnen sollen. Und wie kommt man von p1 zu p1'? Man geht zuerst nach rechts, das ist unsere x-Koordinate des Vektors, und dann geht man nach oben, das ist unsere y-Koordinate des Vektors. Wie berechnet man die jetzt? Zunächst einmal x', also die x-Koordinate von meinem Punkt p1', minus x, die x-Koordinate meines Punktes p1. In dem Fall 3, und jetzt aufgepasst, minus minus 2. Die x-Koordinate meines Fußpunktes ist negativ, und das muss ich trotzdem abziehen. Wenn ich jetzt die y-Koordinate berechne, brauche ich den y-Wert meines Bildpunkts, also p1', meiner Spitze, minus den y-Wert von meinem Fußpunkt, von p1. 4 minus 1. Hier sind keine anderen Vorzeichen, weil das hier ja positiv war, da bleibt das Minus dazwischen. Das Ergebnis des Vektors ist also 5, 3. Ist ja auch ganz klar, 5 nach rechts, 3 nach oben. Nehmen wir uns ein anderes Beispiel, p2 und p2'. Wir rechnen es mal direkt. Spitze minus Fuß bedeutet, minus 2, minus 4. Das ist dann die x-Koordinate des Vektors. Und die y-Koordinate, minus 3, minus minus 1,5. Auch hier müssen wir berücksichtigen, dass die y-Koordinate des Fußpunktes negativ ist. Und wenn ich jetzt den Vektor berechne, ich mache das in die nächste Zeile, erhalte ich minus 6 und minus 1,5, weil sich hier wieder ein Wert dazu hinkommt. Also wenn man das mit den ganzen Zahlen richtig rechnet. Wenn wir uns das Ganze grafisch anschauen, ist hier der Punkt p2 und hier der Punkt p2'. Und wenn wir diesen Vektor berechnen wollen, müssen wir ja zuerst nach links. Nämlich insgesamt 6. 6 nach links bedeutet minus 6. Und dann müssen wir noch 1,5 nach unten. Das bedeutet minus 1,5. Aufpassen also, wenn wir negative Koordinaten bei den Punkten haben, müssen wir bei den Aufgaben, bei den Rechnungen oder bei Spitze minus Fuß ganz besonders auf die Vorzeichen achten. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß in der nächsten Stunde. Tschüss!